Okay, alles essen? 1, 2, 3... Du hast nicht mehr gekauft, Digga! Ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist. Guck mal in die Kamera und mal sie. Das hilft ja. Ja, läuft schon. Ihr dürft nicht so... So ist es gut oder was? Also, Jindo, meine Freunde, was geht ab? Tobi und ich sehen nichts, was geht? Tobi wieder am Start. Der Nemesis ist hier auf meinem Channel. Wir wollen ihn heute brechen, wird noch langsam Zeit. Ja, wir schmecken Sachen. Ich glaube 10 Stück. Und der Verlierer kriegt am Ende 2 Wachsstreifen. Kaltwachsstreifen. Kaltwachsstreifen. Digga, wie hast du denn ein Glas gefunden, Mann? Nee, ich hab halt eine Hand hier. Ich hab's so ganz langsam gekühlt. Okay, wir ready. So, jetzt, ne? Ja. Rücken wir den Augen zu? Ja, aber da läuft jetzt voll. Ja, muss richtig probieren. Wollen wir jetzt essen? 1, 2, 3... Nicht riechen, schmecken, wenn ich jetzt sofort tue. Du, wie, Digga, Engel. Äh, Digga, was war das, Mann? Ja, Ratte. Ich schwöre, im Kunstbürgerreich zu bekommen. Ja, Mann. Ist das schlimm? Ey, das ist irgendwie... Das ist voll eklig, Digga. Was war das? Achso, äh... Jawohl. Äh, Digga, diese Konsistenz, ne? Ich weiß jetzt nicht, was das ist, ey. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen irgendeinem Haferpreis scheiße. Guck ich auf drei Marmoraten? Ja. 1, 2, 3... Irgendwie so rei... Angepisste Hafer meist. Reis mit Tomaten, Marco, oder irgendwie so. Nein. Was war das? Äh, Balonnese. Ach, das war richtig wieder. Ja, wir haben ja auch kleine Babys aus diesem Glas. Äh, Digga, das war so eklig, Digga. Das schmeckt... Ich hab doch irgendwas mit Tomaten... Dachte ich, Digga, weiß nicht... Ich hab doch irgendwas mit Tomaten... Oh, das war so eklig, nicht mal weg. Ach, Mann. So? Nee, ey. 3... 2... 1... Okay, auf 3... Ja, ist doch ganz klar. Auf 3? Ja. 1, 2, 3... Zitrone. Ja, klar. Oh, ey, Leute. Ihr müsst noch dran denken. Ich hab Afterdeck, hab mir fast in die Hose geschissen. Was hast du? Was hast du? Kennst du das? Was ist das? So stelle im Mund und dieses Weiße. Ah, oh. Ich schwöre ja fast in die Hose. Kack. Ich schwöre, Digga, das hat mich so gefickt, Digga. Das ist schlimmer als Bestrafung. 1,1, ne? 1,1, ne? 2,1, ne? Oh, fuck, Digga. Ich schieb jedes Mal... Ich schieb nur von der Konsistenz. Du weißt ja nie, was kommt. Oh, alles voll... Warum macht ihr so ekelte Sachen, Digga? Wieso nicht ekel, Mann? Das ist richtig wieder nicht. Ich glaube nicht. Ja. Auge ist mit, sagt man nicht umsonst. Okay? Na, warte, Tobi ist noch nicht so weit. Tobi. Tobi. Ja, genau so rangeben, ja. 3? Also essen? 1,2, 3. Das ist nicht mehr gekaut, Digga. Ich weiß, was es ist. 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 Drei, zwei. Hast du? Hast du? Schau mal, schau mal. Auf drei, eins, zwei, drei. Tonfisch. Tumpfisch, Tumpfisch. Sie wollen den Ruhm und die Groupies, Groupies. Doch wo wart ihr, als ich hab's war auf Tumpfisch, Tumpfisch. Tumpfisch, 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 Scheiße. Was, was? Es wird Tumpfisch. Ja, ich hab den sofort geschmeckt, aber Alter, ich hab gar keinen Bock darauf, das zu essen. Das ist echt nicht für euren Erfen, Digga. Ich schwöre, man sagt nicht um so ans Auge. Weißt du, was ich weiß? Ja, ja. Hier. Eins. Warte doch mal, ich muss erst mal den Löffel drehen. Eins, zwei, drei. Wasser. Boah. Boah, was? Guck euch nicht an. Was ist das? Nein, Wasser, Mann. Was ist das? Was ist das für Scheiße gekauft, Mann? Boah. 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 Ich dachte, ich krieg hier... Meine Augen trinken gerade richtig ihr Gesicht, Digga. Ich dachte, ich krieg hier ein Stück Gurke oder... Ja, aber das ist auch, Digga. ...eine Marmelade oder eine Banane oder so. Wir kriegen so eine Scheiße, die wir nicht mal kennen, Digga. Ja, ich schwöre nicht. Ja, ihr kennt alles außer das jetzt. Aber ihr wisst ja, was das ist. Nee. Auf drei? Nee, weiß ich nicht. Eins, zwei, drei. Erdnussmutter. Boah, ich dachte, so Omo Baltine oder so. Was ist das? Ja, dieser komische Nutella-Abklatsch aus Österreich. Was ist das? Quäse. 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 Wie? Ja, ich schwöre... Ja, ich fand das bisschen süß, ich dachte... Ja, ich fand das richtig widerlich, Alter. Junge, jetzt hör mal, nimm mal bitte was entspanntes zwischendurch, weil ich meinen Mund... Digga, ich will schon gar nicht mehr, Digga. Das ist voll Dings. Ja, voll Dings. Das ist schon Bestrafung selber gerade. Ja. Das ist... Mann. Also ohne Spaß, das ist bis jetzt die schlimmste Folge, Digga. Ey, mach mal Licht aus. Okay, dürfen wir essen? Ja. Okay, ein, zwei, drei. Ja. Ja. Oh, ja. Das ist mal gut zu Ende, Digga. Ja, ganz klar. Und drei? Ja. Eins, zwei, drei. Erdbeermarmelade. Ja. Was liest du denn von der Marmelade, Digga? Erdbeermarmelade. Erdbeermarmelade. Den musst du mit reinmachen. Ja, das ist schön. Geil. Geil. Ey, warum komm ich sonst auch immer auf so ne Scheiße? Jetzt trau mich da nicht drauf. Eins, zwei, drei. Aw. Woa. He? Ja. Wutschst faudra. Wha? tool der Dillon ist. Wieso klaar? Oh, bollee, ich weiß noch nicht! Nee, du threatsst einer! Was Vai? Die können dir ja anfäng dir? Der Abs päckte Teen. Och! Ja, auf drei, kommen eins, zwei, drei, vier. Ingwer. Ingwer? Ja. Ja? Ja! Digga, nicht mal eine Sekunde auf der Zunge gehabt. Direkt. Ingwer pulig alles raus. Ich hasse Ingwer. Ingwer Tee ist in Ordnung, wenn du krank bist. Ohne Spaß, ich hatte es noch nie in meinem Mund, Digga. Deswegen das scharfe auch. Ja. Diese Konsistenz, ich habe diesen Streifen erfüllt mit meiner Zunge. 4-2 für Tobi, Digga. Ich fühle mich wieder so schlecht. Das ist doch nicht normal, Junge. 3-2. Also siebte und es steht 4-2 für Tobi. 4-2. Können wir jetzt? Ja. Ja. Hä? Ja. Hä? Ja, also wenn es... Auf 3. Auf 3? Ja. 1, 2, 3. Ketchup. 2, 3. 7. Ja. 5. 3. 4 für mich. Ja, hab schon verloren, Digga. Dann hatten die 11 Sachen. Na her sogar. Nein, die hatten 10 Sachen. 6-4 jetzt. Ja, weil wir auch einige Sachen gleich haben. Genau dadurch haben wir einen. Ja, ja. 6-4. Ja, hä? Ich hab schon gewonnen. Warum soll ich noch so eine Scheiße fressen? Weil er sagt gerade, das können wir nicht machen, die schlagen uns, Digga. Die haben eine eigene Scheiße jetzt. Ne, ne, ne. Ich hab ja schon gewonnen. Wie soll Niko noch gewinnen? Er liegt 2 Punkte. Ich hab die Maskaten. Digga, redest weiter mit Maskaten. So, kommen wir zur Bestrafung. Zwei Wachsstreifen auf einem Bein. Ich fühl mich echt schlecht, Digga. Nicht da, bruh! Das fühlt sich so schlimm an, Digga. Das ist doch fast gar nichts. Ja, ist so. Guck mal, bei mir ist das viel mehr so. Ich hab so Angst, Digga. Das klingt schon. Nein, nicht da! Oh! Er liegt gerade komplett hochgelaufen. Du und ich! Ah! 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 Er soll, er wollte 2 auf 1 hin. Was denkst? 1 auf 1. Aber der ist, der ist richtig rum. Der ist falsch rum. Egal. Direkt seitlich, oder willst du daran achten? Egal, ich schwöre bitte, Burra. Ich schwöre auf alles. Ich die Hunde, Digga. Warte, warte, warte! Oh! 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 Hammerglatt, Digga! Oh! Das fühlt sich voll eklig an, Digga! Warte mal! Asche mal ab! Wie fühlst du dich? Sei mal ehrlich! Ganz schnell! Das fühlt sich voll eklig an, ne? Oh, Digga! Oh! Oh! Oh mein Gott! Digger was? Wir sehen ihn doch wieder. Hä? Oh, wie die einzelnen Porn oder so, die Haare. Er ist begeistert immer an das ganze Beine. Ich hoffe, das Video hat uns gefallen. Das klebt doch so eklig. Ja, lass ein Like, ein Abo da und so. Bis zum nächsten Mal.